Stirbt doch mal. Stirbt doch mal. Aber da muss doch der Effekt erstmal hier weg sein. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Werdet ihr uns helfen? Ich habe eure Himmelsfestung gesehen. Euer Volk hat ein seltsames Verständnis von Frieden. Wenn sie keine aufhält, wird die Horde euer Land überrennen. Wollt ihr uns nicht im Kampf gegen sie beistehen? Wir fürchten den Kampf nicht. Wir haben zwar nur wenige, dafür aber sehr fähige Streiter. Doch wir werden an eurem Blutbad nicht teilnehmen. Euer Konflikt wird hier schwerwiegende Folgen haben. Haltet euren Krieg von unserem Land fern. Rühren, Soldat. Ich zähle auf euch. Jo, schön. Tschüss. So, nachher so. Okay, ich gehe jetzt einfach mal ins Gasthaus. Und dann wäre eh nicht die Aufnahme. Verkauf natürlich vorher noch ein bisschen was. Oder ich tue mich nur einfach nur zum reparieren. Was hier war jetzt? Wo ist einmal tot? Wo war das Gasthaus? Hier war das Gasthaus. Und, jo, kann man sich irgendwo hinsetzen? Ach ja, da kann man sich sogar hinsetzen. Ach, das passt ja prima. Ich sag einfach mal, es sieht sehr merkwürdig aus. Es ist ein bisschen niedriger sein, die Theke. Und, ja, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.